Es ist viel zu turbulent. Draußen ist es nicht so. Draußen hat alles Platz. Und auch bei uns Erwachsenen ist es so, dass wenn wir energiegeladen sind, zu viel schlechte Energie in uns drin haben, wenn wir rausgehen, dann hat das alles Platz. Es hat jede Freude, jede Trauer, jede Emotion hat einfach Platz. Und die darf dann einfach sich wandeln in ganz viel Ruhe und Entspanntheit. Und deshalb ist es wichtig, rauszugehen. Und das macht den Unterschied, ob man jetzt sich drinnen probiert, Entspannen, am Wohnzimmersofa oder draussen. Und im Wald kommt noch dazu, es sind Terpene. Terpene sind die Botenstoffe, mit denen die Bäume untereinander kommunizieren. Und die nehmen wir auf über die Atmung ins vegetative Nervensystem. Und es ist nachweislich so, dass diese Terpene uns entspannen, den Blutdruck senken, den Stresslevel senken und uns einfach guttun. Hallo und herzlich willkommen im Good Vibes Podcast, deine Show für ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi und ich habe heute wieder einen Gast, sogar bei mir, im Keller eingeladen. Ich freue mich voll, Barbara, wir kennen uns schon. Du bist für mich der Inbegriff zur Naturverbundenheit. Wir haben uns bei einem Yoga-Retreat von mir kennengelernt, weil du mit uns Waldbaden warst. Also ich nenne dich da immer ganz liebevoll unsere Waldbademeisterin. Herzlich willkommen, Barbara Uhl. Herzlichen Dank, ganz lieb von dir, Marcel. Ja, tatsächlich haben wir uns im Wald das erste Mal gesehen, wir zwei. Genau. Und ja, ich glaube, wir zwar haben eine sehr ähnliche Einstellung in vielen Bereichen und das Thema Naturentschleunigung, sich mit der Natur verbinden und mit sich selber verbinden, das ist etwas, was uns verbindet und worüber ich heute gerne mit dir quatschen würde. Vielleicht zu Beginn, falls es jemand noch nie gehört hat, diesen Begriff Waldbaden, wird ja immer populärer im Moment. Aber was kann man sich darunter vorstellen? Weil wenn ich das manchmal sage, ja bei meinen Yoga-Retreats gehen wir Waldbaden, dann meinen die meisten, wir gehen in ein Schwimmbad im Wald und sie müssen die Badehose mitnehmen. Das ist ganz krass. Das höre ich auch sehr oft. Hat tatsächlich mit Wasser nichts zu tun, sondern ist ein Baden in der Waldluft. Und der sperrige Begriff kommt aus dem Japanischen. Also in Japan ist das Ganze populär geworden und schwappt jetzt als Welle nach Europa über. Und ich verstehe darunter ein Naturerleben mit allen Sinnen. Also ich versuche draußen alle Sinne aufzumachen, so intensiv möglichst einzelne Sinne anzusprechen. Dann kommt man ganz schnell in die Verbindung mit der Natur. Aber wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben uns da beim Yoga-Retreat getroffen. Das war im Alpenresort Schwarz. Also super Hotel da. Und vielen Dank, dass die uns miteinander verbunden haben für dieses Programm. Und wir haben uns da als Gruppe getroffen. Wenn jetzt jemand sagt, das würde ich gerne mal ausprobieren, was erwartet an beim Waldbaden? In erster Linie ein ganz gemütlicher Spaziergang. Das ist einmal so das Rahmenprogramm. Und dann habe ich immer einen riesengroßen Rucksack mit vielen Ideen dabei. Mit Einladungen, was auszuprobieren. Das heisst, man kann ganz gerne mal versuchen, mit einem Spiegel durch den Wald zu gehen, was völlig eine neue Perspektive schafft. Ganz gern gehe ich ein Stück mit geschlossenen Augen. Dadurch ist es möglich, einfach viel mehr zu spüren, zu hören und die Umgebung wahrzunehmen. Barfuß gehen ist ganz oft ein Teil davon. Wobei es sind immer von meiner Seite her Einladungen. Und das ganz Erste und Wichtigste, bevor wir losgehen, ist für mich immer, dass ich sage, es ist alles eine Einladung. Jeder darf bitte machen, was er mag. Wenn er das gerne ausprobieren mag, sehr gern. Und wenn wir aber sagen, okay, das ist jetzt nichts für mich, gibt mir geschlossenen Augen, durch den Wald zu gehen, macht derjenige zehn Minuten Pause und schließe ich dann der Gruppe wieder an. Weil wichtig und ganz oben ist für mich, dass wer immer dabei ist, absolut eine tolle Zeit hat in der Zeit, wo er draussen ist. Und Zeit für ihn selber oder sie selber. Und es ist überhaupt nicht notwendig, dass man irgendein fixes Programm mitmacht in dem Sinn, sondern einfach sich wohlfühlt dabei. Ja, das finde ich so gut, wenn man solche Einladungen macht. Aber entscheiden muss ja jeder sich selber für sein Glück. So ist es auch beim Yoga. Und witzig, wenn du sagst, barfuß durch den Wald. Früher habe ich immer gedacht, wenn ich Leute gesehen habe, die da barfuß durch den Wald gehen, Hilfe, was ist denn da los? Und mittlerweile bin ich selber gern barfuß oder in barfuß Schuhen. Oder nimm das Wort Erden mit in meine Yoga-Stunden, wo ich mir früher gedacht habe, Erden, was soll das sein? Da fällt mir ganz eine witzige Geschichte ein. Ich habe mal eine Yoga-Lehrerin eingeladen, dass sie bei uns übernachten kann, weil ein Event war in der Stadt. Und die hat sich dann meiner Freundin und mir so vorgestellt, indem sie sich bei der Begrüßung so an den Türrahmen gelehnt hat und gesagt hat, Hi, und fühlst du euch geerdet? Und meine Freundin hat mich angeschaut und gesagt, hä, was ist mit Yoga-Lehrer los? Und mittlerweile, ja, machen wir das Borde gern. Also auch meine Freundin, wir gehen gern in den Wald, wir gehen viel in den Wald und eben auch mal die Schuhe ausziehen, um den Boden zu spüren. Und es war bei dem Yoga-Retreat so schön, weil haben alle mitgemacht. Also es war im Februar und du hast uns da angeboten, barfuß zu gehen, barfuß in den Schnee auch zu gehen, so ein bisschen die Abkühlung, die Kühle spüren. Und ich war überrascht, dass bei dieser bunt gemischten Truppe von Männern und Frauen, jung und etwas älter, wirklich alle mitgemacht haben. Warum ist es so wichtig, dass man regelmässig in den Wald geht oder in die Natur? Es ist ganz unglaublich gut für den Ausgleich. Es erdet und aussen hat alles Platz. Die Energien haben alle Platz. Also ich erlebe das ganz oft, wenn ich mit Familien draussen bin und vielleicht Eltern sagen, Kinder haben einfach zu viel Energie. Oder mit Schulklassen, wo Lehrer sagen, wow, es ist viel zu turbulent. Draussen ist es nicht so. Draussen hat alles Platz. Und auch bei uns Erwachsenen ist es so, dass wenn wir energiegeladen sind, zu viel schlechte Energie in uns drin haben, wenn wir rausgehen, dann hat das alles Platz. Es hat jede Freude, jede Trauer, jede Emotion hat einfach Platz. Und die darf dann einfach sich wandeln in ganz viel Ruhe und Entspanntheit. Und deshalb ist es wichtig, rauszugehen. Das macht den Unterschied, ob man jetzt sich drinnen probiert, entspannen, am Wohnzimmersofa oder draussen. Und im Wald kommt noch dazu, es sind Terpene. Terpene sind die Botenstoffe, mit denen die Bäume untereinander kommunizieren. Und die nehmen wir auf über die Atmung ins vegetative Nervensystem. Und es ist nachweislich so, dass diese Terpene uns entspannen, den Blutdruck senken, den Stresslevel senken und uns einfach guttun. Also gar nicht nur die spirituelle Seite und quasi die Seele baumeln lassen, sondern wirklich auch nachgewiesen, dass es auf den Körper wirkt. Ganz genau. Es ist nachgewiesen, dass es wirklich wirkt. Natürlich wirkt die spirituelle Seite sehr. Also natürlich, wenn ich draussen, das Vogel gibt, die Zwitscher her oder die unglaublich tollen Farben im Wald erlebe, wenn ich das Moos spüre, da kommt Entspannung ganz sicher. Da muss man sich halt auch die Zeit nehmen, um mal wirklich bewusst rauszugehen und nicht nur zu sagen, okay, ich gehe jetzt spazieren, nur damit ich mich bewegt habe, sondern wirklich dieses Bewusstsein und das alles mal hören, spüren, fühlen, aufnehmen. Ich habe mal gelesen, dass dieses Shinrin-Yoku in Japan verschrieben wird sogar als Antidepressiva, dass man sagt, hey, du bist kurz vom Burnout, du bist so gestresst. Der Arzt verschreibt dir Shinrin-Yoku. Also der Arzt schickt dich in den Wald, um dir zu helfen, deine mentale Gesundheit, deine körperliche Gesundheit wieder in den Griff zu bekommen. Ganz genau. Es wird wie eine Physiotherapie verordnet in Japan und es war unglaublich toll, wenn wir so weit kommen würden. Aber egal, ob es verordnet wird oder nicht, es ist einfach wichtig rauszugehen. Und jeder nach seinem Tempo. Also es ist nicht zwingend so, dass man ganz langsam gehen muss. Da habe ich eine kleine Geschichte, wenn ich darf. Ich war bei einer Fortbildung von einem lieben Kollegen, zum Thema Achtsamkeit und die war am anderen Ende von Innsbruck und ich bin hingefahren und habe einen riesen Stau gehabt in der Stadt und kam genau zum Punkt hin. Also keine Sekunde zu früh und ich kam ganz gehetzt aus dem Auto raus und war von der Energie her so was von geladen. Und dann ist das Ganze losgegangen und der Kollege sagt zu mir, so, jetzt gehen wir mal ganz langsam. Und ich denke mir, no, nein, das ist es jetzt nicht. Und habe mich echt bemüht, langsam zu gehen. Und dann sage ich, nein, nein, aber wirklich langsam. Und das war der Killer. Also das ging gar nicht in dem Moment. Und was ich daraus gelernt habe, es gibt immer die richtige Geschwindigkeit. Das heißt, hör in die rein. Wenn dir jetzt gerade danach ist, einmal zehn Minuten richtig Gas zu geben, dann bitte. Dann geh nach deinem Tempo und danach langsam. Aber zwing dich nicht, nur weil es vielleicht in einem Buch steht oder weil es so vorgegeben wird, gezwungenermaßen ganz langsam zu sein. Das kann ganz kontroproduktiv sein. Ja, wichtig. Wichtig, dass du das erteilst, weil ich habe es jetzt schon öfter im Podcast erwähnt, aber immer noch nie genau erklärt, was es ist. Also es wird mal Zeit, dass ich die Folge aufnehme. Slow Living ist ja auch etwas, was jetzt populärer wird und wo ich ein riesengroßer Fan bin, von dem Gedanken, langsamer zu machen, von dem Alltag, den man hat, von der Arbeit, von einfach in der Freizeit, diese ständigen To-dos, da nicht immer nur hinterher zu jagen, sondern langsamer zu machen. Aber doch wunderschön, dass das sagt, Barbara, dass jeder sein Tempo findet. Und für manche ist es immer noch schneller, aber langsamer als davor, weil sie einfach merken, sie kriegen mehr Energie, indem sie in kurzer Zeit intensiv arbeiten, eine intensive Zeit haben. Was ich aber, glaube ich, schon ganz wichtig finde, ist immer dieser Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Und das muss halt jeder für sich festlegen und spüren. Und brauche ich halt den Waldspaziergang oder ziehe ich mir die Laufschuhe an und jogge durch den Wald oder am Fluss oder power mich beim Fitnessstudio aus oder rolle die Yogamatte aus. Das finde ich so wichtig, dass man wieder hört, dass man wieder lernt, auf sich selber zu hochen. Und wie du sagst, nicht nur was aus dem Buch nimmt, aus dem Podcast, wie immer, das sind ja nur unsere Meinungen, die wir zwar Tiroler heute einmal, ich hoffe, das verstehe ich. Ja, genau. Müssen wir Untertitel einsetzen auf YouTube. Ja, das finde ich so wichtig und dass auch jeder, und das versuche ja die Community immer zu motivieren, dass jeder seine eigenen Wege findet, um Balance zu finden und sich die Frage stellt, ist Balance Vollgas geben und dann Vollgaspause oder ist die Balance so die goldene Mitte? Was würdest du sagen? Ich denke, gerade beim Waldbaden haben wir ganz wunderbare Mittel, die Balance zu finden, und zwar, wenn es einem schwerfällt, sich in der Geschwindigkeit zu reduzieren, dann spreche ich die Sinne an. Und zwar kann man das zum Beispiel machen, wenn man am Weg dann probiert, das kleine, perfekte, rote Blatt zu suchen. Wenn es jetzt gerade Herbst ist, ist es vielleicht ein kleiner, perfekter Stein. Aber sobald man sich auf einem Weg, auf eine Suche macht nach irgendwas, dann wird man automatisch langsam. Die Sinne werden fokussiert auf eine spezielle Sache und der Kopf hat Pause und die Geschwindigkeit reduziert sich. Man kann auch sehr gerne mal eine Lupe mitnehmen und einfach mit der Lupe im Wald schauen, auf Entdeckungsreise gehen, wird man automatisch langsam. Aber man muss sich nicht zwingen zum Langsam werden, sondern es geht eben über eine Sinneswahrnehmung. Das ist das Tolle. Würdest du sagen, damit der Lebensweg langsamer wird, muss man auf der Suche nach etwas sein? Oh, spannend. Jetzt gehen wir gleich viel tiefer. Sehr spannend. Ja, gute Idee. Ich denke, wir sind doch immer auf der Suche. Wir sind immer auf der Suche nach Glück, nach Zufriedenheit, nach Ruhe, nach Pause. Ja, ich denke, das korrespondiert. Das ist gut. Wobei ich denke, dass man auch da eine gute Mitte finden muss, zwischen wann bin ich auf der Suche und wann lasse ich es einfach sein. Und wann suche ich das rote Blatt und wann gehe ich aber einfach eine Runde und gehe mal einfach nur für mich und schaue, was passiert. Und das ist auch etwas, was ich gerne immer frage meine Gäste. Braucht man ein Ziel? Braucht man einen Wunsch? Braucht man eine Richtung? Und ich finde das immer ganz spannend, die unterschiedlichen Meinungen. Manche sagen, ja, ein bisschen eine Richtung braucht es schon. Ich habe auch einen Gast gehabt, den Leander, der hat vom weglosen Weg gesprochen. Also weder der Weg ist das Ziel, sondern der Weg ist einfach nur der Weg und der geht. Und wenn er nicht geht, dann ist es auch egal. Also ganz, ganz spannende Philosophien. Aber auch da wieder etwas zum Reflektieren für jeden, der zuhört. Und auch da ist wieder Nachdenken angefragt, selber reinspüren. Ja, finde ich ganz spannend und vor allem ist es total individuell. Also ich merke es auch draussen bei meinen Gästen. Der eine kann sich entspannen, indem man zum Beispiel einfach regelmässig und möglichst in einen Flow geht. Der Nächste braucht unbedingt kreative Arbeit, um sich entspannen zu können. Der andere braucht ganz viel Input, das heißt möglichst viel Informationen aus der Natur und andere wiederum wegen am allerliebsten irgendwo sitzen und sich dadurch entspannen. Und das ist so meine Aufgabe und mein tägliches Gespür, dass ich genau für jeden das Richtige finde. Und ich finde es dann wunderbar, wenn es glückt. Ich habe zum Beispiel eine kleine Geschichte dazu. Wir waren im Rahmen von einem Naturretreat, waren wir kreativ arbeiten, Landart. Also Landart ist, wenn man mit Materialien, was man in der Natur findet, was gestaltet. Und die ganze Gruppe war schon ganz fleissig am tun und ich habe wirklich gemerkt, es fließt, es ist gut. Und eine Dame war dabei, die hat nicht so richtig anfangen können. Dann habe ich gefragt, ob ich sie irgendwie unterstützen kann, ob ich ihr helfen kann mit was. Und dann hat sie noch gemeint, sie ist so müde. Und dann habe ich mit ihr gemeinsam so ein kleines Nest gebaut, ganz warm, kuschelig, die Ecke habe ich dabei gehabt. Und die hat einfach dann geschlafen, zwei Stunden lang. Und nach den zwei Stunden war sie fast peinlich, weil sie einfach nichts geleistet hat in dem Sinn oder nichts geschaffen. Und ich war so glücklich, weil sie in den zwei Stunden genau das getan hat, was sie auch gut getan hat. Das war mega. Bist du total steif und unbeweglich und möchtest daran dringend etwas ändern oder vielleicht gestresst, kannst du nur schwer abschalten und wünschst dir wieder mehr Ruhe und Ausgeglichenheit im Alltag, dann ist mein Yoga-Anfängerkurs genau das Richtige für dich. In diesem Kurs lernst du Yoga wirklich Schritt für Schritt einfach und vor allem auch sicher von zu Hause aus, ohne dich dabei zu verletzen. Mit Hilfe dieser Übungen wirst du nicht nur beweglicher, sondern wirst gleichzeitig auch Schmerzen und Verspannungen los im Rücken, in der Hüfte, im Nacken und ich zeige dir Atemübungen sowie Meditationstechniken, um Stress abzubauen, deine Konzentration zu verbessern und wieder mehr innere Ruhe zu finden. Mein Online-Kurs ist wirklich für jedes Alter und total Ungeübte geeignet und ich kann dir sagen, Yoga hat mein Leben für immer verändert. Falls du mich noch nicht kennst, Hi, ich bin der Marcel Clementi, Yoga-Lehrer, Podcaster und Autor und habe bereits tausenden von Menschen dabei geholfen, Yoga zu lernen und tiefer in die Achtsamkeit und Meditation einzutauchen, um so ein glücklicheres und gesünderes Leben zu führen. Alle Infos zu meinem Yoga-Online-Kurs findest du unten im Link einfach draufklicken und dann noch heute mit dem Yoga starten. Und da braucht es ab und zu auch einen Coach oder Hilfe oder jemanden von außen, der dir sagt, schau, du darfst dich entspannen, du darfst dich hinlegen. Und ich finde es ganz schön, die Wortwahl, die du jetzt gerade gehabt hast, sie hat nichts geleistet. Also dieses Gefühl, dass wir ständig was leisten müssen, um einen Wert zu haben, um wichtig zu sein, bedeutend zu sein, um andere zu beeindrucken, um uns nicht zu blamieren, weil ich habe jetzt mal zwei Stunden geschlafen, weil ich es gebraucht habe, weil es meinen Körper gebraucht hat. Ich bin ganz ehrlich heute, ich habe bis halb zehn geschlafen und normalerweise stehe ich um sechs auf, aber ich war die letzten Tage nicht so fit und da muss man sich wirklich erlauben, zu schlafen, langsamer. In dem Sinn, wenn man nicht so fit ist, muss ich mich wirklich daran erinnern, langsamer zu machen, Pausen zu machen. Und ich finde es so ein ja oft schwieriger Kampf mit sich selber, sich diese Pausen zu nehmen. Und vielleicht hört jetzt jemand zu und sagt, ja, klingt alles super mit dem Wald, aber ich muss mich um meine Kinder kümmern, ich muss mich um meinen Mann oder um meine Ehefrau kümmern, ich schmeiße den Haushalt, ich muss arbeiten, Familie ist so viel, wie soll ich noch Zeit haben, um in den Wald zu gehen? Was würde ich denen für einen Tipp geben, Barbara? Ja, das ist natürlich eine ganz spezielle Situation und ich kann das niemandem abnehmen, ich kann aber aus eigener Erfahrung sprechen. Wir haben zwar kleine Kinder haben dürfen, vor langer Zeit, mittlerweile bin ich 51, und unser kleiner Sohn, der David, damals mit zweieinhalb Jahren, war krank, Krebsdiagnose. Das heisst, wir waren ganz viel im Krankenhaus, immer mein Mann im Krankenhaus oder ich mit, oder umgekehrt, und einer halt daheim bei der Tochter, die wir ja zum Glück haben. Und das war eine Zeit, wo für nichts Zeit war, weil es war Arbeit, es war die Tochter daheim, es war der Kleine im Krankenhaus, es war ständiges Hin und Her. Und trotzdem haben mein Mann und ich uns täglich Zeit für uns genommen, also für jeden sich selber und für uns gemeinsam kleine Momente, im Grunde, wenn wir uns eine Übergabe im Krankenhaus gemacht haben. Aber wir haben das zum Beispiel so gelöst, dass einer mit dem Fahrrad, von mir nach Innsburg radelt ist, die 40 Kilometer, da haben wir uns das Fahrrad übergeben und mit einem Kuss ist der Nächste wieder nach Hause gefahren. Und die Stunde oder die zwei Stunden am Fahrrad, die waren halt einfach extrem wichtig für jeden selber. Und deshalb darf ich sagen, aus eigener Erfahrung, auch wenn es ganz eng hergeht, zumindest zehn Minuten hat jeder für sich. Und wenn man nicht rausgehen kann, man kann sich zum Fenster stellen, das muss aufmachen, einmal durchatmen. Die Momente gibt es und die darf man sich nehmen. Egal was kommt. Ja, wunderschön. Und mit Beispielen natürlich dann immer noch mal verständlicher. Wir leben unser Leben oft so, als hätten wir ewig Zeit. Als wäre es für immer und verschieben unsere Träume, unsere Wünsche auf morgen, die Zeit mit Freunden, mit Familie, mit unseren Liebsten auf die nächste Woche. und ich spreche da aus meiner Erfahrung in den letzten Jahren, ich habe mich so auf meine, auf mein Business, auf mein Unternehmen, auf die Marke konzentriert und ich bin so stolz auf alles, was dadurch gekommen ist. Aber ich habe wenig Zeit oder gar keine Zeit gehabt für Freunde und habe wenig Zeit mit meiner Familie verbracht. Zum Glück meine Beziehung immer als oberste Priorität gesehen und die Gott sei Dank ja, da rein investiert. Und das habe ich gerade heute in einem Buch gelesen von Robin Schama. Was bringt dir der Erfolg, wenn du ihn mit niemandem teilen kannst? Und auch da muss man sich die Zeit nehmen für Beziehungen. Auch das habe ich gelernt durch eine Trennung Anfang 20, wo ich mich nur auf die Arbeit konzentriert habe, obwohl ich frisch selbstständig war. Du hast mir vorher gesagt, es gibt auch eine Sache, die dir sehr geholfen hat, die du gerne weitergeben möchtest. Ja, eigentlich schon gerne, weil es für mich so ein Anker war in dieser Zeit. Und zwar, unser Kleiner hat es damals leider nicht geschafft. Also der ist dann gestorben, als er ein bisschen was über vier Jahre alt war. Und das war für mich die schwärzeste Zeit im Leben. Also es war so wirklich extrem schwierig aufzustehen in der Früh oder einfach den Tag zu beginnen. Und zum Glück haben wir aber eben unsere Tochter, die war damals sechs. Und das war so die Aufgabe, dass das Leben normal weitergehen darf, weil sie ja auch das Recht hat dazu. Und die Tage waren aber extrem schwer für mich. Und ich habe damals aber, und ich weiss jetzt nicht mehr, woher, den Hinweis kriege oder den Wink von oben, es gibt die Möglichkeit, ein Dankbarkeits-Tagebuch zu führen. Deine Hörer wissen, worum es geht, weil du sprichst da alles öfteren drüber, aber das ist schon viele Jahre her, wo ich damals noch nichts gehört gehabt habe davon. Und die Aufgabe war, die Aufgabe war, die Aufgabe war, jeden Abend, wirklich kurz vorm Schlafengehen, drei Dinge aufzuschreiben, die an dem Tag gut waren. Und das war anfangs extrem schwer, weil die Tage waren nicht gut. Da war wenig Gutes. Und doch habe ich jeden Abend drei Sachen gefunden. Und manchmal ist ja dringestanden, ein Anruf von irgendwem oder ein kurzes Gespräch im Supermarkt. Oder manchmal ist auch nur gestanden, der Cappuccino war gut, dann weiss ich, der Tag war gar nicht wirklich gut. Aber es hat mir ganz, ganz viel geholfen. Im Endeffekt war es mein Anker. Also ich habe mich dadurch wirklich nach oben gezogen. Schritt für Schritt. Durch das Aufschreiben. Durch das tägliche Aufschreiben für das, wofür ich dankbar bin. Und ich führe das jetzt schon seit, ich glaube, acht Jahren. Mittlerweile schreibe ich in einem Buch, wo ich immer untereinander schreiben kann. Also jetzt kann ich zurückschauen, was war vor drei Jahren zum Beispiel, die drei Dinge. Und das ist nach wie vor eigentlich, wenn ich es reduzieren müsste, was macht mein Glück aus oder was macht meine Dankbarkeit aus, ist es genau das. Ein kleiner Tipp, das Buch. Ja, total wertvoll. Und das kann ich bestätigen, dass selbst wenn dunkle Zeiten gerade sind, dass es trotzdem immer etwas gibt, wofür man dankbar sein kann. Natürlich ist das leichter gesagt wie getan, aber wenn man nur noch schwarz sieht, hilft einem das auch nicht weiter. Und diese Dankbarkeit kann man üben und kann man trainieren und muss man, finde ich, auch trainieren. Das ist ja etwas, das, was ich jeden Tag mache vor dem Einschlafen. Ich schreibe es mittlerweile nicht mehr auf. Ich mache das Journaling eher ganz locker und ungebunden, wenn ich es mal brauche. So wie heute haben ich mir aufgeschrieben, okay, wie geht es jetzt in den nächsten Wochen weiter? Worauf will ich mich mehr konzentrieren? Und Achtung, nicht auf berufliche Sachen, sondern es waren private Sachen. Es war Entschleunigung, es war wieder mehr Genuss, jetzt mal Zeit für einen kleinen Urlaub. Und auch das darf man aufschreiben. Nicht nur immer die To-Dos, sondern auch die To-Bees, sage ich gern. Voll schön. Ja, und diese Dankbarkeit, das ist bei mir eine Art der Meditation und auch Gebet, würde ich sagen, weil ich sage, danke zum Universum, danke zu Gott, egal wie man das nennen möchte. Und ich bin sicher, du glaubst auch an irgendetwas, ihr habt das schon auf deinem Instagram von deinem Namen her hergeleitet, Sinne, Seele, Natur, diese drei Säulen. Für mich würde ich sagen, die drei Säulen, die mir helfen, Stress abzubauen und Ruhe zu finden, ist Yoga, langsames, entspanntes Yoga, diese Meditation, also dieses Gebet sozusagen, mit dem Journaling und die Natur auch, die Zeit mit meinen Hunden, die Zeit gern bei Wasser, im Wald. Warum, glaube ich, spielen diese drei Punkte, Sinne, Seele und Natur, oder warum spielt das zusammen, warum ist das wichtig, die Kombination? Die Sinne anzusprechen, finde ich, ist einfach so, wie wir das Eingangstor in den Körper, je mehr wir die Sinne ansprechen, umso schneller sind wir verbunden mit der Natur, mit dem, mit dem, was wir fühlen wollen. Deshalb Sinne. In meiner Arbeit geht es immer um Sinne, es geht immer um das, was wir sehen, was wir hören, was wir fühlen. Die Seele spreche ich automatisch mit an, weil ich alles dafür tue, damit die Seele sich entspannen kann. Und das ist eben bei jedem Menschen ein bisschen verschieden. Der eine, wie gesagt, braucht Ruhe, der andere braucht Bewegung dafür. Aber unsere Seele ist so ein wichtiger Teil und ganz oft ist sie so ein bisschen versteckt oder sie hat nicht wirklich Platz oder sie ist im Alltag einfach ein bisschen nach unten gedrängt, weil alles andere ist wichtiger. Der Kopf ist so wichtig. Und ich probiere immer, den Kopf auszuschalten, vor allem bei meiner Arbeit. Dass das Kopflastige wegkommt und mir viel mehr ein Spüren kann, wenn man hat die Seele, dann wird die Seele bunt, dann darf die Seele aufleben. Und das Ganze funktioniert super in der Natur. Und nicht nur bei schönem Wetter, auch bei Regen draussen, auch im Winter, wenn es kalt ist, auch im Sommer, wenn es warm ist. Es gibt immer eine Möglichkeit, nach draussen zu gehen. Es ist immer wieder anders. Das erinnert mich gerade an einen wunderschönen Spruch von meiner Oma, die leider vor kurzer Zeit verstorben ist. Aber die war ewig mit meinem Opa verheiratet. Also ich weiß nicht, wie viele Jahre. Aber die sind zusammengekommen Anfang 20 und sind beide wirklich über 80 geworden. Also mein Opa ist 88 geworden. und ich habe sie mal gefragt, noch vor zehn Jahren, wo sie beide noch fitter waren, Oma, was ist denn das Geheimnis von eurer langen Ehe? Was ist das Geheimnis, dass man so harmoniert? Die waren wirklich, also ich habe die nie streiten gesehen, die waren ganz harmonisch. Und doch hat meine Oma gesagt, es kann nicht immer nur die Sonne scheinen, es darf auch mal regnen. Und das werde ich nie vergessen. Und so wie du sagst, es darf einmal regnen, man darf beim Regen rausgehen und auch so viele Lebensweisheiten aus der Natur, die man ins Leben mitnehmen kann. So wie ein Samen, den du setzt, der tragnet sofort Früchte, sondern du musst den Samen pflegen, erwachst, geduldig sein und irgendwann hast du die Früchte. Und was ist so die größte Lektion oder vielleicht die größten drei Lektionen, die du, Barbara, bisher von der Natur gelernt hast? Oh. Interessante Frage. Ja, vielleicht erzähle ich die kleine Geschichte von der Eintagsfliege. Weil die Eintagsfliege ist etwas, was mich immer wieder mal begleitet. Wenn ich mit Gästen am Bach bin, schaue ich ganz gerne in den Bach. Ich drehe die Steine um und da sind Insektenlarven. Ich weiß nicht, ob du sie schon mal gesehen hast, die Larve von Eintagsfliege. Schaut ein bisschen aus wie ein Käfer. Und die beginnt mit einem Ei und dann wächst aus dem Ei raus die kleine Larve. Und die Larve wächst und wächst und wächst zwei Jahre lang, mindestens zwei Jahre im Wasser. Und an einem Tag beschliesst diese Larve, nach draussen zu krabbeln, auf einen Stein, häutet sich ein letztes Mal, also die geht einige Stadien durch, aber dann geht wirklich die letzte Haut auf und runter kommt eine riesige, also große Flügel, schöne, große Fliege zu Tage. Und die Fliege, die fliegt dann einen Tag. Und an einem Tag sucht sie nichts Besseres, als wir einen ganz tollen Mann, ein ganz tolles Weibchen, die paaren sich und legen Eier ab. Die Eier kommen wieder in den Bach und die sterben. Und wir Menschen sagen, boah, wie traurig ist das, die leben genau einen Tag. Aber eigentlich leben die ja mindestens zwei Jahre im Wasser vorher und wissen nicht, dass sie aus dem Wasser raus müssen. Und das ist so ein Learning, wo ich mir dann auch denke, ja, was wissen wir schon über das Leben, gell? Wir glauben, jetzt ist es perfekt, aber vielleicht sind wir jetzt in einem Zwischenstadium, keine Ahnung. Also wenn du mich fragst, was war so ein Learning, ist, dass es einen Kreislauf gibt, den wir gar nicht durchblicken können, wo wir nicht wissen, wo wir aktuell stehen. Und wo wir einfach im Vertrauen sein können, dass der heutige Tag der Beste ist. Und wir schauen auf die Fliege und denken uns, die hat noch einen Tag und verbringt die Zeit, um sich einen Partner zu suchen. Und wir haben nur dieses eine Leben und probieren, nur dem Geld hinterher zu jagen, nur Ziele zu erreichen, nur Menschen zu beeindrucken, um uns wertvoll zu fühlen, anstatt einfach mal mehr zu sein, zu entschleunigen und das Leben zu genießen. Weil wer weiß, wie viele Tage wir noch haben. Das ist etwas, wenn du das so erzählst, denke ich mir, wenn uns jemand zuschaut von irgendwo anders, denkt er sich vielleicht auch, was machen die da? Die laufen im Kreis. Das will jetzt gar nicht zu negativ werden, was alles auf der Welt passiert. Da bin ich sicherlich auch kein Experte dafür. Ich kann immer nur von meinem Leben erzählen. Und wenn ich die letzten Jahre zurückschaue, dann habe ich sehr viel gearbeitet, wo ich auch sehr stolz drauf bin und das gerne mache. Und dann nehme ich auch gerne deinen Rat an, ich muss nicht immer langsamer machen, nur weil es irgendwo steht oder weil es für viele Menschen funktioniert. Aber doch auf sich zu hören und zu wissen, wann mache ich eine Pause? Wann brauche ich sie? Und wann erlaube ich sie mir? Wie die Frau, die sich erlaubt hat, zwei Stunden in der Wiese zu liegen oder im Moos und zu schlafen. Und wann sagt mein Körper, so, und jetzt geht es wieder weiter. Wie gelingt dir das, dass du da eine schöne Balance findest zwischen geben, weil du auch viel mit Leid unterwegs bist und dann aber wieder deine Energien aufzuladen? Außer jetzt in die Natur zu gehen, da gibt es sicher noch irgendwas, oder Baba? Es ist tatsächlich nur die Natur. Nein, es ist die Bewegung. Also ich mache es über die Bewegung. Und zwar eine wirklich ausdauernde Bewegung. Also ich liebe es, stundenlang auf meinem Rad zu sitzen, da wird mein Kopf frei. Oder ich liebe es, mit meinen Tourenschen weit rauf zu gehen und dann irgendwann ganz oben zu sein und das am allerliebsten im Dunkeln weg und dann den Sonnenaufgang irgendwo sehen, unterwegs. Und meine größte Freude ist es, weil mein Mann mich begleitet und das ist fast immer so, der Andi ist fast immer dabei. Und wir erleben das dann gemeinsam und sagen immer, das könnte man daheim gar nie erzählen, was man da so erlebt unterwegs und wie schön das ist. Und das sind oft die einfachen Sachen. So die Zeit in der Natur, die kostet nichts, die kostet nur die Entscheidung, dass ich mir die Zeit nehme, dass ich jetzt mal nichts anderes mache, sondern die Touren, die Touren, Ski, schnapp, fast ein Zungenbrecher, die Touren, schnie, schnapp und auf den Berg auf gehe. Und dann halt auch die Zeit nehmen, um oben zu genießen und nicht wieder nur das Ziel zu sehen und sagen, ich gehe da jetzt auch als Erster und fahre als Erster wieder runter. Und da kann ich mir vorstellen, du wirst da sicherlich oben dann mal bewusst die Aussicht genießen, vielleicht eine gute Jause mithaben, oder? Immer. In der Natur schmeckt es Essen halt auch noch besser. Ich bin letztes Jahr 30 geworden. Ich muss jetzt immer ein Kompliment machen, Barbara, also so entspannt war das noch nie. Vielleicht muss ich doch wieder die Gäste zu mir in den Keller einladen, weil es fühlt sich an, als würde man gerade einen Kaffee trinken. Hört uns wer zu? Nein. Ja, fühlt sich nicht so an. Ich bin letztes Jahr 30 geworden und mir haben viele Leute gefragt, wie feierst du deinen Geburtstag? Machst du eine große Party? Was steht an? Mietest du was? Und ich habe tatsächlich meinen Geburtstag gefeiert mit meinem besten Freund und wir sind wandern gegangen. Meine Freundin hat leider nicht mitgehen können, ist für mich der absolut wichtigste Mensch in meinem Leben, die Alina und wir haben zu dieser Zeit den Philo gekriegt, der dann noch kleine Welpe war und nicht mitgehen hat wandern. Also er hat ja nicht mitgehen können und er war mit meinem besten Freund und wir sind einfach aufgegangen, haben geredet über die letzten Jahre und wie es weitergeht und einfach so ein bisschen über das Leben philosophiert und kurz vor am Gipfel hat er gesagt, nein, kann nicht mehr und er ist so lange nicht mehr wandern gegangen und für ihn ist heute fertig und dann habe ich gesagt, na hey, wir gehen jetzt auch jetzt einmal kurz vor dem Ziel, das machen wir jetzt noch, das schafft man schon, Kim, niemand schluckt und dann habe ich so eine Schokolade mitgehabt, die dann am Berg einfach zehnmal so gut schmeckt. Ich sage, schau, ist das, das hilft gegen den Krampf, weil er hat sich dann eingebildet, er hat einen Krampf und ich habe gesagt, ich muss da jetzt auf den Gipfel, das werden wir jetzt schon schaffen und zum Abschluss habe ich einfach gesagt, hey, es ist mein Geburtstag, wir können jetzt nicht umdrehen so spaßhalber und er hat sich motiviert, und er hat sich so oft bedankt, dass wir das durchgezogen haben, dass wir jetzt da oben stehen und voll aus der Überraschung heraus habe ich mir als kleines Geburtstagsgeschenk eine Campingausrüstung gekauft und habe so einen kleinen Gaskrill ausgepackt und habe da oben eine Nudelsuppe gekocht und ich sage es dir, Barbara, noch nie in meinem Leben hat eine Nudelsuppe so gut geschmeckt, so einfach, Wasser, dieses Backtel da rein, wo ich daheim sage, das ist jetzt sicher nicht die beste Ernährung, aber da oben, das war genau das Richtige und wir sind da für zwei Stunden oben gesessen und das war mein 30. Geburtstag, also jemand denkt sich überhaupt nicht spektakulär und für mich war es eines der absoluten Highlights in meinem ganzen Leben bisher, auf dem Berg eine Nudelsuppe zu kochen und das ist so simpel und oft, ich kann es nur wieder sagen, wir jagen Sachen hinterher und die einfachsten Dinge, Zeit mit den Menschen, die wir lieben, das ist so wertvoll und ich hoffe, dass mit dem Gespräch das einfach nochmal unterstrichen wird, das Leben darf auch leicht sein und die einfachen Dinge sind oft die schönsten. Möchtest du Yoga-Lehrerin oder Yoga-Lehrer werden oder für dich mehr über Yoga, Achtsamkeit und Meditation lernen, dann ist meine Multistyle-Yoga-Lehrer-Ausbildung genau das Richtige für dich. Du lernst unterschiedliche Yoga-Style kennen wie Hatha, Vinyasa und Yin-Yoga sowie zahlreiche unterschiedliche Workshops. Gemeinsam tauchen wir auch tiefer in die Yoga-Philosophie sowie in die Persönlichkeitsentwicklung ein und egal wie viel Yoga-Erfahrung du hast oder wie alt du bist, das spielt überhaupt keine Rolle. Bei mir ist wirklich jeder herzlichst willkommen. Alle Infos zu meiner Yoga-Lehrer-Ausbildung findest du auf meiner Webseite www.marcelclementyoga.com oder unten in der Video- und Podcast-Beschreibung. Warst du immer schon so naturverbunden? Ja, das war ich. Das war immer schon so mein Anker, meine Zeit für mich. Ich kann mich erinnern bei meinem ganz allerersten Job. Ich war mit 19 auf dem Kreuzfahrtschiff. Das war so das allererste gleich nach der Matura, da war ich dort. Und das war vom Arbeiten her wirklich hart, weil ich war sechs Monate dort ohne einen Tag frei. Ich kann mich erinnern, da war zweimal im Monat habe ich kein Mittagessen servieren müssen, also ich war im Service. Es war wirklich unglaublich viel Arbeit. wenn ich schlafe und ich bin, glaube ich, sechs Stunden schlafe normalerweise so zwischen Mitternacht und sechs Uhr früh. Dienstbeginn war sechs Uhr dreißig, aber ich bin jeden Morgen eine halbe Stunde früher aufgestanden und bin aufs ganz oberste Deck, habe ich mich raufgeschlichen. Ich hoffe, da hat jetzt keiner zu, weil es war verboten am Helikopterplatz. Und da habe ich mich hingesetzt und habe die halbe Stunde aufs Meer rausgeschaut. Und das war die Zeit für mich und das war mein Kraftplatz. Täglich. Ein halbes Jahr lang. Und das mache ich im Grunde immer noch. Ich bin immer gern in der Früh draußen und immer draußen. Aber es ist eine bewusste Entscheidung, dass du trotz nur sechs Stunden Schlaf, viel Arbeit, die du trotzdem damals schon dafür entschieden hast, ich stehe früher auf, um blöd gesagt nichts zu tun, um einfach zu sein. Ganz genau. Ja, ganz genau. Und eigentlich nicht trotzdem, sondern für mich. Also wenn ich das nicht gemacht hätte, das wäre gegen mich gewesen. Ja, sehr gut gesagt. Ja, es ist so. Gegen mich. Genau. Und ich mache das jetzt auch noch. Ich bin jeden Morgen draussen und gerade auf Instagram habe ich in der Story jeden Morgen einen guten Morgen von draussen. Das ist ein kurzes Video, eine kurze Sequenz von da, wo ich halt gerade bin. Und Marcel, ich habe so ein schönes Erlebnis gehabt. Es hat mir eine Dame geschrieben, sie ist Schmerzpatientin und sie kann seit Jahren sich nicht mehr wirklich gut bewegen. Und dieses guten Morgen von draussen hat sie so motiviert, dass sie jetzt jeden Morgen wieder von ihrem Haus bis zum Eingangstor hin und her spaziert. Und an die muss ich immer denken, wenn ich draussen bin und das Video mache, weil ich mir denke, das ist doch unglaublich, oder? Und genau das war mein Ziel. Ich möchte jeden, alle, 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 alle dazu bringen, wieder rauszugehen. Das ist ein schönes Ziel. Und ich hoffe, dass sich das viele anhören und sich das nicht nur anhören, sondern das auch umsetzen. Ich höre das oft bei meinen Yoga-Videos, dass mir Leute schreiben, Marcel, ich schaue alle deine Videos. Sag ich, das ist super, wenn du die Videos schaust, aber machst sie ja alle, weil nur vom Schauen wäre es halt nicht besser. Und selbst, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, ja, ich bin nicht so der Naturmensch, ich habe das auch von mir gedacht. Ich habe gedacht, ich bin ein Stadtmensch, ich kehre nicht dort, ich bin in einer Stadt aufgewachsen, ich habe das genossen, habe ich überall mit dem Radl hinfahren können. Also du fährst auch 40 Kilometer mit dem Radl, das hast du gerade vorher erwähnt. Und noch weiter wahrscheinlich, für mich waren das halt kleine Strecken, du hast dich schnell mit Freunden treffen können, es war alles erreichbar, es gibt zum Essen viel Auswahl und ich war fixer Stadtmensch. Und dann habe ich mal eine Mädel kennengelernt, Anfang 20. Im Nachhinein habe ich mir oft gedacht, was habe ich denn mit der gehabt? Das waren nur drei, vier Monate, kennst du das vielleicht, wo du denkst, im Nachhinein, das hat überhaupt nicht gepasst, wie habe ich das nicht sehen können und es war verschwendete Zeit, denkt man sich kurz. aber, heute bin ich dir unendlich dankbar, die hat wirklich mein Leben verändert, nicht mit ihrer Art, auch da habe ich viel daraus lernen können, für mich, man lernt ja auch, was man nicht mehr haben will, aber erstens mal, die hat zwei Hunde gehabt und ich bin ja gegen Hunde allergisch und ich habe mir gedacht, ich kann nie Hunde haben, vielleicht hört man es auch manchmal ein bisschen, ich bin ein bisschen mit der Nase zu, das ist der Preis für meine Hunde und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie gut mir Tiere tun, wie gut mir Hunde tun und wie sehr mich das erfüllt und das ist, gerade gestern wieder zu Alina gesagt, wenn ich am Abend im Bett liege und mir denke, wofür bin ich dankbar, also die meisten Momente sind einfach mit meinen Hunden und die hat am Land gewohnt, im Oberland, in Tirol und ich bin mehrmals dahin, quasi schon halb hingezogen und habe jeden Tag, wo ich mit den Hunden spazieren gegangen bin, Podcast kocht, dann wieder mal die Kopfe herausgetan und einfach mal die Natur genossen und das war so neu für mich, jeden Tag rauszugehen, bei jedem Wetter, egal ob es kregnet hat, ob es warm war, egal was war, mit den Hunden raus und einfach diese Zeit für mich in der Ruhe und seitdem bin ich, ich habe dann wieder in die Stadt zog Miersen quasi, einfach beruflich auch, aber dann aufs Land gezogen und das war, die Hunde zu holen, aufs Land zu ziehen, das war für mich sicherlich die zwei besten Entscheidungen meines Lebens. So schön, das ist perfekt. Ja, aber auch wenn jemand sagt, er kann nicht aufs Land ziehen, was kann der machen, Barbara? Du hast schon gesagt, das Fenster aufmachen, was ist, wenn er jetzt das Fenster aufmacht? Ist mir kürzlich so gegangen in einem Hotelzimmer in Wien, ich war jetzt im Moment viel unterwegs und vermisst dann sehr die Natur und sehr die Hunde und das alles drumherum und denke mir, ja, in der Früh mache ich als erstes, will ich rausgehen. Hat es nur Fenster gegeben, das habe ich nur kippen können und dann schaust mit dem gekippten Fenster auf den nächsten Asphaltblock. Was kann man machen, wenn man jetzt nicht den Wald vor der Haustür hat? Ich würde sagen, in allen grossen Städten gibt es wirklich tolle Parks, sagen wir mal, statt wo es keinen tollen Park gibt. Ich kann mich erinnern an eine Biketour, ich bin Bike-Guide und auch gerne mit Gästen unterwegs und bin jetzt viele Jahre dran selbst gefahren über die Berge und einmal habe ich da so eine Gruppe geleitet, wo einiges schiefgegangen ist und ich war dann im Bozen völlig entnervt und völlig in der Kraft. Jetzt musst du uns aber schon sagen, was schiefgegangen ist. Ja, es waren diverse Stürze und also wirklich, wirklich einfach eine Serie von Stürzen, die nicht gut waren und ich war dann im Bozen und wirklich nicht mehr in meiner Kraft und kann mich erinnern, ich bin dann in einem Park oder das Hotel, das Hotel hatte einen Park, es hatte einen Baum gehabt und ich bin dorthin und habe mich an dem Baum einmal wirklich fest angelehnt, habe mich durchgeatmet und habe da meine Kraft wieder gefunden und das war mitten im Bozen und ja, sag mal, eine Stadt, wo kein Grün ist. Also es gibt in unserer europäischen Städte unglaublich viel schönes Grün. Also ich denke, es gibt Möglichkeiten. Gerade in Wien, oh, ich habe zwei Jahre in Wien gewohnt, da gibt es viel Grün. Natürlich, ich will nur immer quasi alle offenen Fragen und alle diese Neuseher, sage ich mal, die dann sagen, ja, aber bei Wien gibt es keinen Park, ich habe aber keine Zeit, dass wir die quasi entwaffnen, damit jeder nach einer Stunde Podcast sagt, okay, die zwei haben recht, ich hole mir jetzt meine Schuhe, oder gehe barfuß noch besser in den Wald und mache da meine Runden. Gerne natürlich auch mit Bäumen umarmen, da habe ich früher einmal gedacht, was gibt es Verrückteres, als einen Baum zu umarmen und mittlerweile mache ich das selber gern, schon allein sich anzulehnen, da mal kurz durchzuatmen, ja, das macht was. Genau, es muss aber nicht sein. Das sage ich immer dazu, weil es gibt viele Gäste, die auf mich zukommen und sagen, aber eins sage ich dir fix, Barbara, Baumarmen tue ich nicht. Ist okay. Niemand muss es, und vor allem, wenn wir draußen sind im Wald, sind wir sowieso schon im Vollbad der Terpene. Wir sitzen uns am Boden und die Wurzeln sind unter uns, die Baumkronen über uns und es ist egal, ob man am Baum hängt oder sich daran anlehnt, was gut tut, oder wenn man es nicht mag, dann sitzt man sich mitten rein und es ist genau die gleiche Wirkung, also es muss gar nicht sein. Wiederum, achtsam sein, sich selber gegenüber, wirklich nur machen, wo man selber das Gefühl hat, das mag ich jetzt machen. Und darf ich noch eine Sache dazu sagen? Ja, gern. Das ist mir in der Gruppe immer ganz wichtig. Erstens macht man aus, jeder macht, was er mag und zweitens, es wird nicht begründet. Das heisst, wenn wir drei, vier, fünf Tage gemeinsam sind, hat jeder die Freiheit, jederzeit zu sagen, ich mache den Tag heute für mich, wir treffen uns wieder zum Abendessen. Und bitte keine Begründung dazu, weil wir tendieren immer dazu, eine Erklärung nachzuschicken, eine Entschuldigung, ich komme heute nicht, weil. Und genau das soll es nicht sein und das trainieren wir sozusagen, unter Anführungszeichen, in den Tagen, und da merke ich in der Gruppe dann immer eine unglaubliche Befreiung, wenn jeder jederzeit freisagen kann, das mag ich jetzt oder mag ich nicht und der muss es nicht begründen. Das höre ich ganz oft zum Abschied dann. Also das war eins der Hauptsachen, wo sie sagen, okay, das führe mich jetzt daheim ein. Einfach sagen, das mache ich oder das mache ich nicht, ohne sich zu begründen. Gute Freunde verstehen das. Ja. Gute Freunde verstehen das und wer es nicht versteht, ist kein guter Freund. und da kann ich da nur Recht geben und das ist auch ein Mantra, nachdem ich lebe, meine Beziehung so für, jeder darf so sein, wie er ist. Ja. Ah, zu den Hunden sage ich das oft, ob sie mich verstehen oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich sage, ja, ihr darfst so sein, wie ihr seid, natürlich mit Erziehung und allem, aber spannend, das kennen viele nicht, weil wir oft das Gefühl haben, wir müssen in ein bestimmtes Schema passen, wir müssen es jedem recht machen, beruflich, privat, bei Freundschaften, der Familie. Und ich habe wirklich gelernt, und das hat sehr verändert in meinem Leben, ich suche mir die Leid aus nach den Werten, herzlich, liebevoll, humorvoll, wo man schöne Zeit hat und da gibt es nie Reibungen oder selten. Natürlich, Reibung darf auch mal sein, aber jeder akzeptiert den anderen so, wie er ist und wenn einmal jemand absagt oder einmal auf etwas keine Lust hat, dann akzeptiert man das einfach, ohne, dass man da streitet oder versucht zu überreden, warum trinkst du keinen Alkohol, warum isst du das nicht. Und diesen Freiraum, diese Lebensphilosophie, jeder darf so sein, wie er ist, das versuche ich auch in alle meine Lebensbereiche, einführen zu lassen. Aber meine Ausbildungen, die endet jetzt dieses Wochenende vorhin nach Linz, da kriegen sie ein Zertifikat und haben mir jetzt wunderschönes Feedback ergeben in den letzten Tagen. Und was fast immer dabei war, ist, danke, dass ich so sein habe dürfen, wie ich bin. Und da haben ganz viele auch zum Thema Yoga, ähnlich wie jetzt den Baum umarmen oder barfuß gehen, so Vorurteile. Ja, Yoga, da muss ich ganz dünn sein, total flexibel, total beweglich, nur was für Frauen. Und da, jeder darf Yoga machen, egal wie fit, egal was für Körperbau, egal ob Mann, Frau, jung oder etwas älter. Jetzt gerade jemand geschrieben, er ist 62, er würde gern Yoga-Lehrer werden, ob er das überhaupt noch machen kann. Ja, hey, gern, gern, super Alter. Jedes Alter ist ein super Alter, um mit Yoga zu starten. Und ich glaube, genau so ist es bei allem, wenn wir uns wieder mehr erlauben, einfach zu sein. Und das muss man halt ausstrahlen. Du strahlst das halt aus, Barbara, dass diese lockere Atmosphäre, das bauen wir uns ja auf. Das ist ja nicht, wir kämen jetzt daher, wir reden, und das Lockere, das harmoniert, weil wir uns Borden nicht zu viel Druck machen. und es hört ja keiner zu. Ist das so deine Eintestelle? Sagst du das? Ist das dein Mantra? Nein, keine Ahnung. Ich denke mir jetzt nur, es ist so fein, mit dir zu reden, als habe ich das Gefühl, wir sind allein. Also ich hoffe, dass viele zuhochen und sich das schon zu Herzen nehmen. Ja, also vielleicht ist das eine tolle Überleitung, weil, Barbara, dein Social Media ist ja explodiert. Also wir haben uns vor zwei Jahren das erste Mal gesehen und mittlerweile hast du über 100.000 Follower auf Instagram. Also erst mal herzliche Gratulation, wirklich von Herzen. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Ich weiß, was da dahinter steckt. Was ich oft höre, Marcel, Yoga und Social Media, das passt ja nicht zusammen. Barbara, Natur und Sinne, Seele, Natur und Social Media, das passt ja nicht zusammen. Was ist das deine Antwort? Brauchst du mal wieder dringend eine Auszeit, um deine Batterien aufzuladen und möchtest dabei mehr über Yoga, Achtsamkeit und Wellbeing lernen? Dann nimm dir die Zeit und komm auf ein Yoga Retreat mit mir. Dort erwarten wir ein paar schöne, entspannte Tage mit viel Yoga, Meditation, mit spannenden Vorträgen, leckerem Essen, tollen Gesprächen, gemeinsamen Wanderungen und trotzdem natürlich genug Zeit für Wellness, Spa und Entspannung. Alle meine Yoga Retreats sind für jedes Alter und jeden Level geeignet und sind auch eine tolle Geschenkidee an deine Liebsten oder an dich selber. Alle Infos zu meinen Yoga Retreats findest du unten in der Video- oder Podcast-Beschreibung oder auf meiner Webseite www.marcelclementyoga.com Ja, das ist spannend. In meinem ersten Moment hast du recht, das passt überhaupt nicht zusammen. Und da komme ich auch ganz oft an die Frage, dürfen wir denn ein Handy mit rausnehmen, ist das okay beim Wald baden? Auf jeden Fall ist es okay. Ich finde, es ist in unserer Zeit quasi nicht mehr wegzudenken oder wegzuzaubern. Ich freue mich sehr, wenn es wer schafft, es auf leise zu stellen oder auszustellen. Aber es gelingt halt nicht immer. Ich arbeite ganz viel mit Geschäftsmenschen, auch mit Menschen, die aus Management sind. Die können mitunter gar nicht drei, vier, fünf Stunden ohne wirklich empfangen zu sein. Akzeptiere ich. Ist gut. Ich kann mich erinnern an einen Herrn, der war dabei und hat mir gleich zu Beginn gesagt, er muss dann irgendwie am frühen Nachmittag muss er telefonieren zwischendrin, weil irgendwie der eine sitzt in Asien und der andere sitzt in Amerika. Das geht nicht anders von der Zeit her und ich habe das toll gefunden, dass ich mir das vorher sage und er war dann unterwegs. Wie wir bei der Gruppe waren, ist er dann weit genug abseits gegangen, also man hat ihn gar nicht gehört, hat er telefoniert und das Einzige, was für mich dann zählt, ist mein ganz tiefer Wunsch, dass ich ihm das wünsche, dass er danach wieder gut eintauchen kann und genau so war es. Er kam zurück und war dann wieder gleich voll dabei. Weil das Schlimmste wäre für mich, wenn er nicht mit rausgeht. Wenn er deshalb aus dem Grund, weil er halt den Termin hat, einfach darauf verzichtet. Und so denke ich mir, ich habe ihn noch mit einer kleinen Hand und ich darf ihn noch begleiten da raus und vielleicht schafft er es auch mal, den Termin so zu legen, dass es nicht notwendig ist. Ja, das finde ich schön, dass du das sagst. Es ist natürlich nicht dann deine Aufgabe, ihm zu sagen, hey, geh da jetzt nicht dran und nimm dir die Zeit für dich, sondern das muss ja jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube, so wichtig sein wir nicht, wie wir oft denken und so wichtig ist niemand, dass er immer erreichbar sein muss und das ist auch so eine bewusste Entscheidung. Nimm ich mir jetzt die Zeit, nimm ich mir diesen Freiraum, nimm ich mir den Urlaub, dass ich mal nicht erreichbar bin und fünf Stunden, auch wenn es ein wichtiger Termin ist, vielleicht ausfallen lasst, verschiebe meine Assistentin, mein Assistent, den übernimmt. Aber ich glaube, ganz oft brauchen wir dieses Gefühl, weil ich bin so wichtig, weil ich muss erreichbar sein. Also da spreche ich von mir selber. Ich habe jahrelang alles selber gemacht. Die Podcastfolgen, aufgenommen, geschnitten, YouTube-Videos, E-Mails, Marketing-Newsletter, Instagram, Events, Retreats, alles, also einfach viel, sehr viel. Und jetzt lerne ich Schritt für Schritt abzugeben und habe da erstmals bei einem YouTuber gesehen, der hat 1,6 Millionen Abonnenten, also nochmal ganz eine andere Liga wie jetzt bei mir der Kanal. Und der hat gesagt, ein spiritueller Lehrer, also super Typ, und der hat gesagt, er hat die ersten zwei Jahre alles selber gemacht, weil er sich da gepostet hat. Ja, ich mache alles selber und keiner macht das so wie er und er ist nicht austauschbar. Bis er draufgekommen ist, das ist sein Ego, das sagt, hey, ich muss alles selber machen. Und ich war ja vor kurzem in einem Podcast eingeladen und habe auch die Frage gekriegt, machst du das alles selber? Und ich habe gemerkt, wie ich so lächelnd sage, ja, ja, mach alles selber. Und so stolz. Und im Nachhinein, wo ich es mal angekrocht habe, haben wir gedacht, eigentlich sollte ich eher drüber lachen, wie verrückt das ist, wenn man meint, man muss immer alles selber machen. Dass man mal Sachen abgeben darf und es auch mal Zeit für sich nimmt. Und das ist auch Zeit ohne Handy. Wie gelingt dir das, da die Balance zu finden, weil du postest doch relativ viel dann, oder Barbara, Nimmjörn? Ja, ja, ich poste schon viel und ich poste regelmässig. Und zwischendurch gibt es Zeiten, wo es das einfach nicht ist, wo ich unterwegs bin, gerade wenn ich auf meiner Ski unterwegs bin. Ich meine, da gibt es zwischendrin vielleicht auch mal oder am Ende dann ein Foto von dort oder ein Video von dort. Aber die Zeit, wo ich mit meinem Mann da raufgehe, da ist er wo. Und das ist wirklich, wirklich extrem entspannend und extrem wichtig. Die Zeiten, wo einfach zwischendrin Pause ist. Es ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, ob man ein Foto macht, für sich. Zu sagen, schau, da war man und in einem Jahr schauen wir uns das an und sagen mal, das war eine schöne Tour, ein schöner Ausflug, den wir gemacht haben. Oder ob ich ein Foto mache und vor Ort das noch auf Social Media teile, für außen, für andere. Und da habe ich wirklich für mich lernen müssen, zu unterscheiden, wann ist wirklich Zeit für mich. Und ich bin so, ich muss dann, ich gehe immer gern in den Extreme, ich muss das Handy auf Flugmodus und dann tue ich es in eine Schublade oder verstecke es unter einer Decke und dann geht es mir oft so, dass ich es dann nicht mehr finden, wenn ich es brauche. Wo habe ich jetzt wieder das Handy hingetan? Aber noch nie habe ich etwas verpasst. Noch nie. Also, fast noch nie, sagen wir es so. Ich muss ja auch lachen. Die Barbara hat heute bei mir, ich muss ja einfach erzählen, das ist einfach zu witzig, dass wir das bei uns erhalten. Die Barbara hat heute bei mir glitten um drei und ich habe es voll verpasst, weil wir über Instagram kommuniziert haben und da ist es leider untergegangen und ich mache die Tür auf und sage, oh, warst du gerade in der Gegend? Zufällig, nicht, zufällig, nehmen wir jetzt drei Stunden später den Podcast auf, weil du rund spazieren warst, ganz unkompliziert. Ich war rund spazieren und ich habe eine grüne Raupe in meine Haare gehabt, die ich nicht entdeckt habe. Traum. Marcel sagt, das ist gleich passend zum Thema und hat mir die Raupe aus den Haaren geschickt. Ja. Super, ich kann noch ewig mit dir weiterquatschen, Barbara. Abschließend habe ich immer drei Fragen, die heute, denke ich, ganz gut passen. Frage Nummer eins, was ist für dich ein glückliches Leben? Also, ein glückliches Leben ist das mit meinen Liebsten, also mit meinem Mann Andi, mit meiner Tochter Anna. Eigentlich genauso, wie wir es haben. Wir haben ein unglaublich glückliches Leben, weil wir einfach uns haben, wir haben einen schönen Platz zum Wohnen, wir haben alles, was wir brauchen, wir haben unsere Berge und wir haben uns. Fertig. Sehr schön. Also ich glaube, wenn man das sagen kann, die Dankbarkeit, das Glück ist die Dankbarkeit schon, die man hat, der Moment, toll. Sehr schön. Frage Nummer zwei, wenn jetzt jemand sehr gestresst ist, was wären deine drei Tipps, die jemand heute noch umsetzen kann? Durchatmen, überlegen, ob er sich Hilfe holen kann, in irgendeiner Weise, wenn es wirklich so krass ist, dass man sagt, okay, man kommt selber aus dem Strudel gar nicht raus. Und Yoga. Und? Yoga. Ich wollte jetzt gerade noch sagen und da wirklich überlegen, was kann mir helfen? Also was kann mir jetzt helfen? Hilft es mir jetzt, dass ich rausgehe? Hilft es mir jetzt, dass ich mit einem Freund telefoniere? Hilft es mir jetzt, was Gutes zu essen, ein Buch zu lesen, was auch immer? Wahnsinn. Ich hätte mir gedacht, du sagst schon jetzt raus in die Natur gehen, wobei das eine viel bessere Antwort ist, weil auch raus in die Natur sicherlich nicht die Lösung für alles ist. Und das finde ich so spannend, wie ehrlich du das sagst und wie sehr du motivierst in dieses Reinspüren und selber entscheiden. Und das ist auch so ein Credo von mir, Happiness is a choice. Und diese Wahl ist immer eine andere, tagesabhängig. Und mal ist es Spazieren gehen, mal ist es Yoga, mal ist es Sport und mal ist es die Pizza auf der Couch und fünf Stunden lang Netflix schauen. Und auch das darf sein. Also wirklich, so wertvoll beobachtet. Schade, dass wir schon bei der letzten Folge bei der letzten Folge, es ist eh schon besser, wenn ich es nicht mehr da rede, bei der letzten Frage. Und zwar habe ich mal jemanden im Podcast gehabt, der hat über Investments geredet. Da habe ich mein Thema noch nicht zugefunden gehabt und meine Richtung vom Podcast und habe mir gedacht, alles könnte spannend sein, weil mich interessiert und vielleicht interessiert es ja die Community. Jetzt möchte ich mehr auf diese ganzheitliche Gesundheit gehen. Aber ich habe diesen Experten für Investments gefragt, wie schaut ein glückliches Leben für dich aus? Und dann war seine Reaktion, du stellst Fragen. Umgekehrt, du jetzt so als Expertin quasi für die Dankbarkeit, für die Natur. Was war dein bestes Investment, das du gemacht hast? Und ich lasse das mal ganz so offen stehen. Ja, du stellst Fragen. Mein bestes Investment. Könnte alles sein. Was sagt das Bauchgefühl? Ich spontan denke an meinen Mann. Ah, schön. Ja, wirklich. Also, der Andi ist wirklich kein Investment, aber er ist einfach so toll. Es ist wirklich einfach mein zweiter Teil und mein ja, da ist es stimmig. Also, zum Glück habe ich ihn und zum Glück habe ich ihn gefunden. Zum Glück darf ich mit ihm durch mein Leben gehen. Und Andi, wenn du das jetzt hörst, was ich denke, wie kitschig ist denn das? Aber es ist tatsächlich so. Also, es fühlt sich nur dann voll an, ja. Ich finde, das darf man ruhig sagen. Also, dickes Busse an den Andi, das darf man ruhig hören. Und ich erwähne das auch immer gern, weil es ist nicht selbstverständlich, die Menschen, die man hat. Und auch, wenn diese Folge dann nur der eine Mensch hört und sich kurz freit, ist es das wert. Also, danke an den Andi, dass er das unterstützt. Ich sehe schon, dass das ein Investment ist. Die Zeit, die man investiert in eine Beziehung, die Höhen und Tiefen, die man durchlebt, das, was man alles durchsteht, macht uns stärker. Und das finde ich schon ein Investment. Und eine schöne, schöne Antwort auf eine vielleicht schwierige Frage. Sehr schwierige Frage. Ich schicke sie jetzt retour. Was war dein größtes Investment? Mein größtes Investment oder mein bestes Investment, das Größte, ist wahrscheinlich anderes, aber das Beste war, die Yoga-Lehrer-Ausbildung zu machen beziehungsweise das allererste Ticket zu buchen nach Australien one way und auf die Frage meiner Eltern zu antworten, wenn ich wieder zurückkomme. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Und mir zu erlauben, einfach mal hineinzuspüren in mich selber, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Wer bin ich? Das war die Frage, die mich tagtäglich begleitet. Wer bin ich nicht? Wer will ich sein? Das war absolut die beste Entscheidung, das beste Investment. Und dann Schritt für Schritt immer wieder weiterzulernen, Bücher zu lesen, um Zeit, Zeit in mich selber zu investieren, in meine Träume, in meine Gesundheit, in mein Wohlbefinden, in meine Balance. Ja. Zum Abschluss noch ein bisschen Gänsehaut. Barbara, hast du jetzt geschafft. Unglaublich stimmig. Unglaublich stimmig, ja. Gut, schön. Wie finden wir dich, Barbara? Im Wald, aber wo finden wir dich? Da wo die Rauben in die Haare und wir krabbeln. Dass wir gemeinsam mit dir in den Wald gehen. Ja, ihr findet mich gerne auf Instagram unter sinneselenatur. Meiner Homepage sinneselenatur.at und ganz gern bei Naturretreats. Ich leite Naturretreats da in Tirol, dann auch in der Schweiz, auch im Süden von Deutschland, im Schwarzwald, auch im Süden von Österreich in Kärnten. Ich freue mich sehr, sehr über jeden Einzelnen, der dabei ist und den ich begleiten darf in der Natur. Super. Barbara, vielen, vielen Dank für die lockere Atmosphäre. Danke für deine Geduld, dass du da den Spaziergang noch gemacht hast. Sehr gerne. Ich bin so froh, dass wir das heute aufgenommen haben. Meine Lieben, falls dir diese Folge gefallen hat, falls du nur irgendetwas davon mitnehmen kannst und bin mir sicher, da waren einige Zuckerlen dabei, dann bitte abonniere den Podcast, teil ihn auf Social Media, das wäre die größte Unterstützung. Erzähl davon, schick sie an deine Freunde, Arbeitskollegen, geht's gemeinsam barfuß in den Wald und um abends Bäume und ich sag das ernst. Vor fünf Jahren hätte ich drüber gelacht und jetzt ist das mein purer Ernst. Ich finde, manchmal braucht man auch so ein bisschen einen Schubser. Also probiert's das mal. Ehrlich, es tut gut, barfuß in einen Bach reingehen, die Sonne bewusst genießen, einfach mal das Leben genießen. Wir sind ständig am Laufen, wir kommen aber nie irgendwo an. Deswegen nimm dir die Zeit, alle meine Angebote, wie immer auf meiner Webseite www.marsellclimentyoga.com das Yoga-Retreat gemeinsam mit mir. Bist du im Februar wieder dabei, Barbara? Ja, bitte gerne. Ja, im Schwarz? Im Schwarz? Gibst du uns im Doppelpack? Hey, also das ist eine einmalige Chance. Da gibt's noch ein paar Plätze nächstes Jahr im Februar. Und dann wünsche ich dir noch ganz ein feines Tagele. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dabei warst und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, mach's gut und ciao, ciao.